Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community hier bei mir dem Krissi Schnüssi und Wissenschaft im Alltag. Bei der ganzen Thematik der Energiegewinnung auf unserem Planeten in der heutigen Zeit fällt natürlich irgendwann das Stichwort Kernfusion. Bei dem Thema Kernfusion geht es um hohe Temperaturen und da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eine maximale Temperatur? So, und da muss man mal ein bisschen ausholen, muss noch ein paar große Wissenschaftler ins Boot holen, Albert Einstein, Max Planck und muss sich mal angucken, was da so los ist in der Welt. Also die Theorien gehen da ein bisschen auseinander, aber Max Planck hat wunderschön gerechnet und Albert Einstein hat es bewiesen sozusagen, also kann das schon so sein, wie ich euch das heute sage. Okay, schauen wir mal nach unten in der Temperaturskala, wir kennen 0 Grad, wir kennen minus 10 Grad, da frieren uns die Finger kaputt und wir kennen den absoluten Nullpunkt. Minus 273 Grad Celsius ist der absolute Nullpunkt, kälter kann etwas nicht sein und das sind 0 Kelvin, das wissen wir. Ja, die Leute, die Station News spielen, kennen das ja. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wie heiß kann etwas werden, ja, wir kennen so ein paar Temperaturen, 100 Grad, verdammt Wasser, 1400 Grad schmilzt Stahl, ein paar Millionen Grad in der Sonne und die Frage ist, wie hoch geht es noch? Und da muss ich ein bisschen spicken, ich habe hier mein Telefon, habe hier nämlich eine Abhandlung von Max Planck hier offen und da sehe ich, dass Max Planck ausgerechnet haben soll oder ausgerechnet hat, dass es eine maximale Temperatur gibt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man da drauf und was hat Albert Einstein damit zu tun? Nun, wenn man sich mal die Zusammenhänge in der Physik anschaut, was ist Temperatur eigentlich? Eigentlich, wenn man es simpel sagt, ganz simpel mit unseren Worten, wir sind keine Wissenschaftler, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung hier, das ist einfach nur, Chrissy erzählt ein bisschen was über das Universum. Wenn wir also simpel drauf gucken, was Temperatur ist, dann ist Temperatur die Bewegungsenergie von Teilchen. Sehr logisch, wenn wir den absoluten Nullpunkt haben, haben die Teilchen keine Energie mehr, sie bleiben stehen, sie frieren quasi ein an ihrer Stelle, wo sie sind. Merken wir ja auch, wenn im Winter minus 20 Grad sind, dann können wir die Fingerchen ja auch nicht bewegen und genau das gleiche ist tatsächlich beim absoluten Nullpunkt. Wenn die Teilchen also beim absoluten Nullpunkt keine Bewegungsenergie haben, dann sind sie eben kalt, sie bewegen sich nicht, sie haben keine Bewegungsenergie. Wenn wir jetzt also die maximale Temperatur annehmen, dann müssen wir ja auch davon ausgehen, wenn wir Albert Einstein's Relativitätstheorie uns angucken, die große Formel, jeder kennt sie, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, E ist gleich mc, m mal c im Quadrat. Dann sehen wir ja auch an dieser Formel, wenn wir die uns ein bisschen angucken, ist ja eine einfache Formel, dass natürlich, wenn wir eine hohe Bewegungsenergie haben in den Teilchen, dann müsste ja auch die Masse zunehmen. Und genau das ist der Fall. Max Planck hat gerechnet, dass das Ganze dann bei, lasst mich lügen, ich muss kurz die Zahl finden, das Ganze dann bei 1,42 mal 10 hoch 32 Grad Celsius sein muss. Das muss die theoretische maximale Temperatur sein. Also nochmal, 1,42 mal 10 hoch 32 Grad Celsius. Das ist eine unfassbar große Zahl. Und wie kommt Max Planck dazu? Naja, wenn wir davon ausgehen, dass die Relativitätstheorie korrekt ist und bisher wurden viele von Albert Einstein's Theorien auch bestätigt, unter anderem auch die Gravitationswellen und so weiter, einfach mal googeln. Wenn wir also davon ausgehen, dass Albert Einstein recht hat, dann muss ja an einem ganz bestimmten Punkt die Masse der Teilchen mit der hohen Temperatur so groß werden, dass sie eine kritische Grenze überschreiten. Und das ist die kritische Grenze eines schwarzen Lochs. Das heißt also, Teilchen können so heiß werden, bis sie dann eine so hohe Masse haben, dass sie ein schwarzes Loch bilden. Und damit ist ja eine Grenze erreicht. Schwarzes Loch, wissen wir selber, fällt alles rein, kommt nichts raus, ist quasi so wie das Gehörden von Nazis. Ja, in der Theorie vom Urknall, die ja auch populär ist, es ist eine Theorie, es ist nicht bewiesen, aber man geht davon aus, dass es so war, da sagt man dann auch, dass die Temperatur, diese Temperatur, die Max Planck da berechnet hat, vorgeherrscht hat für eine ganz kurze Zeitspanne. Wir wissen, Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, 300.000 km pro Sekunde. Und es gibt auch eine Planckzeit, das ist nämlich die kleinstmögliche Zeit, der kleinstmögliche Zeitabstand. Der ist 10 hoch minus 42 Sekunden. 10 hoch minus 42, also 0, ganz viele 0 Sekunden. Und man geht davon aus, dass beim Urknall, beim Big Bang, als das alles hier entstanden ist, das ganze Universum, dass diese Temperatur, von der wir gerade sprachen, für diesen kurzen Planckzeitraum, Planckzeit, vorgeherrscht hat. Davon geht man aus. Und interessant ist, dass man natürlich überlegt hat, oder ich habe mir überlegt, wenn das die theoretische Grenze ist, was ist denn das, was man schon so erzeugt hat? Also ein paar Millionen Grad hat man schon erzeugt bei der Kernfusion, also die Fusionsgeneratoren auf der Erde, die Experimentalgeneratoren, die werden ja schon betrieben. Also ITER wird ja noch gebaut, aber Stellarator, Tomahawk und so weiter, wie sie alle so heißen, da gibt es ja viele Versionen von Fusionsgeneratoren, Reaktoren, da hat man halt festgestellt, gut, wir brauchen so 100 Millionen Grad, ja, und das haben sie, also über den Daumen, ja, ich will mich jetzt nicht festlegen. Und dann hat man festgestellt, das kriegen wir hin, ja, das können wir machen, wir können Plasma erzeugen, das hat 100 Millionen Grad im Magnetfeld gehalten mit riesengroßen Spulen und das kriegen wir schon hin. Und jetzt ist die Frage, war das schon die Grenze, was der Mensch so geschafft hat? Nein, es geht noch heißer. Und zwar die tollen Wissenschaftler vom CERN-Institut haben mit dem LHC, also diesem großen Teilchenbeschleuniger, der ja so unter der Erde liegt, haben sie 2012 Bleiionen aufeinander geschossen und dabei wurde eine Temperatur gemessen, das ist die höchste je gemessene Temperatur, 5,5 mal 10 hoch 12. Das ist ja schon eine Zahl, die kann man sich schon vorstellen. 10 hoch 12, ja, das ist schon etwas und interessant ist, wie gesagt, 10 hoch 32, dann die Planck-theoretische Planck-Temperatur, ja, die maximale. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man halt tatsächlich diese Temperaturen schon erreicht hat und interessant ist auch, dass es minus 273, eine Zahl, die kann man sich vorstellen, und dann 1,42 mal 10 hoch 32. Also wieso ist das nach oben so weit und nach unten nicht? Das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht, das steht ja in der Abhandlung nicht, aber ja. Was da natürlich eine Rolle mitspielt, ist auch String-Theorie, bla 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 bla, das ist alles viel zu kompliziert, aber interessant ist, es gibt tatsächlich eine maximal mögliche Temperatur. Super cool, weiß ich jetzt, mag vielleicht unwichtiges Wissen sein, aber es ist eine interessante Geschichte, das mal herauszufinden, wie das funktioniert und dass das eben so ist, ja. Ja gut, wenn ihr noch Fragen habt, Sorgen, Nöte, Ängste, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr auch Fragen habt, wenn ihr eigene Dinge habt, die ihr euch im Alltag schon mal gefragt habt, stellt mir mal die Frage, ich versuche da mal was zu recherchieren, machen wir mal ein Video drüber, gucken wir uns mal an, was da so los ist. Und Wissenschaft im Alltag kann ja vieles sein, das muss nicht immer Physik sein, das kann auch Biologie sein und so weiter. Also Wissenschaft ist ja ein so breites Feld und wahnsinnig interessant. Ja gut, ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, euer Chris.